Was ist das Zertifikat für Generationenfreundliche Einkaufen? Unser ACH Center in Stockach ist bereits seit Jahren ausgezeichnet für generationenfreundliches Einkaufen. So weiß der Kunde, dass er hier besondere Serviceleistungen vorfindet. Jetzt haben wir das Zertifikat erneut für die nächsten Jahre erhalten. Was heißt aber generationenfreundlich? Trägt ein Geschäft das Qualitätszeichen, dann kann der Kunde sich darauf verlassen, dass er dort sicher und bequem einkaufen kann, dass der Zugang zum Geschäft barrierearm ist, dass das Geschäft gut ausgeleuchtet ist, dass er rutschfeste Boden vorfindet, dass die Gänge breit und nicht verstellt sind, dass die Preise und alle Auszeichnungen gut lesbar sind, dass Beratung und Ausschilderung von rinreichender Qualität sind und dass er auch Sitzgelegenheiten zum Ausruhen vorfindet. Hier geht es ums generationenfreundliches Einkaufen. Das ist eine Zertifizierung vom Handelsverband Deutschland. Und es geht darum, dass Betriebe ausgezeichnet werden. Zum einen, dass sie darauf achten, breite, angenehme Gänge für die Kunden zu haben. Aber was, denke ich, noch viel wichtiger ist, dass auch die Mitarbeiter da im Fokus stehen. Der Mitarbeiter soll aktiv auf die Kunden zugehen und quasi die Wünsche des Kunden ablesen, weil jemand, der vielleicht auch etwas älter ist, der ist froh um eine solche Ansprache. Klar geht es auch darum, dass man alle Ecken gut ausgeleuchtet hat, dass man barrierefrei reinkommt. Und diese Barrierefreiheit ist ja nicht nur gut für die ältere Generation, deswegen sagen wir auch bewusst generationsfreundlich, weil auch die Mutter mit Kinderwagen freut sich über barrierefreie Eingänge. Oder auch mal der Sportler, der nach einem Unfall die Krücken braucht. Und das dritte oder vierte ist natürlich dann auch eine gute Sichtbarkeit der Preisschilder. Und ich denke, das sind alles Dinge, die für den Kunden, egal welchen Alters, wichtig ist. Weil wenn er Dinge schneller aufnehmen kann, dann ist es für ihn einfacher und bequemer. Und das ist einfach der Trend, den der Einzelhandel nachgehen muss. Und ich denke, das ist auch der Hintergrund dieses Siegels. Wir legen besonders Wert auf generationsfreundliches Einkaufen, da wir natürlich auch jede Kundengruppe ansprechen möchten. Und es unser eigener Anspruch ist, für unsere Kunden das Möglichste zu tun, dass diese angenehm bei uns und vor allem auch ohne Hindernisse einkaufen können. Das gehört für uns natürlich auch zum Kundenservice. Das geht aber gut. Vielen Dank.